Wir stehen am Flughafen Hannover auf dem Parkplatz der allgemeinen Luftfahrt, hier wieder dargestellt mit unserem kleinen blauen Flugzeug am Punkt GA1. Unsere erste Frequenz ist die von Hannover Ground, also von der Rollkontrolle, 121,955. Hannover Rollkontrolle, Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel, Hannover Rollkontrolle Delta Echo Papa Alpha Hotel, Papa 28 Alpha, Abstellfläche allgemeine Luftfahrt 1, VFR über Ecoroute, Information Charlie, er bitte rollen. Delta Alpha Hotel, rollen Sie zum Rollhaltpiste 0,9 Center über Oskar, Maik und Lima, QNH 1020. Rolle zum Rollhaltpiste 0,9 Center über Oskar, Maik und Lima, QNH 1020, Delta Alpha Hotel. Es geht jetzt also raus über den Rollweg Oskar und dann in Richtung Startbahn. Delta Alpha Hotel, wenn abflugbereit, rufen Sie Hannover Turm, 120,180. Wenn abflugbereit, 120,180. Delta Alpha Hotel. Wir sind jetzt am Rollhaltpiste 0,9 Center, abflugbereit und rufen den Tower auf 120,180. Hannover Turm, Delta Echo Papa Alpha Hotel, abflugbereit. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Hannover Turm. Abflug über Echo nicht möglich, verlassen Sie Kontrollzone in Pistenrichtung in 2000 Fuß oder tiefer. Melden Sie über Flug der Autobahn A7. Verstanden. Werde Kontrollzone in Pistenrichtung verlassen, 2000 Fuß oder tiefer. Wilco, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Wind 120 Grad, 8 Knoten, Piste 0,9 Center, startfrei. Piste 0,9 Center, startfrei. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Wir starten nun also in Richtung Osten und werden dann nicht nach Süden abdrehen und nach Echo fliegen, sondern weiter geradeaus auf Kurs der Start- und Landebahn und melden uns dann wieder. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Autobahn 7 in 1700 Fuß. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Fliegen Sie direkt Burgdorf, melden Sie über Flug Burgdorf. Fliege direkt Burgdorf, Wilco, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Burgdorf in 2000 Fuß. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Verlassen der Frequenz genehmigt. Verlassen der Frequenz genehmigt. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Wir haben jetzt also die Kontrollzone verlassen, machen unseren Flug und kommen dann aus Richtung Osten wieder zur Kontrollzone, beziehungsweise hier zum Pflichtmeldepunkt Whisky. Hannover Turm, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Papa 28 Alpha, VFR 5 Minuten östlich von Whisky 1 in 2300 Fuß, Information Foxtrot zur Landung. Delta Echo Papa Papa Alpha Hotel, fliegen Sie in die Kontrollzone über Whisky 1, Piste 09 links und 09 rechts, QNH 1020. Werde in Kontrollzone über Whisky 1 einfliegen, Piste 09 links und 09 rechts, QNH 1020, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Whisky 1 in 2300 Fuß. Erbitte Direktanflug, Piste 09 links. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Verstanden. Fliegen Sie direkt Whisky 2, erwarten Sie Direktanflug, Piste 09 links. Fliege direkt Whisky 2, erwarte Direktanflug, Piste 09 links. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Whisky 2 in 2300 Fuß. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Fliegen Sie direkt in den Endanflug, Piste 09 links, QNH 1020. Melden Sie Endanflug, melden Sie Endanflug. Fliegen Sie direkt in den Endanflug, Piste 09 links, Kurs 040, Wilco, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Endanflug, Piste 09 links. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Verlassen Sie Piste über Lima, Wind 120 Grad, 8 Knoten, Piste 09 links, Landung frei. Werde Piste über Lima verlassen, Piste 09 links, Landung frei. Delta Echo Papa Alpha Hotel. So, wie angekündigt, haben wir die Piste jetzt über Lima verlassen. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Rufen Sie Hannover Rollkontrolle 121,955. 121,955. Delta Echo Papa Alpha Hotel. Also, hier ist nochmal die Frequenz 121,955 für Hannover Ground. Und dort melden wir uns. Hannover Rollkontrolle, Delta Echo Papa Alpha Hotel. Er bitte rollen zum GATT. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Hannover Rollkontrolle. Rollen Sie zur Abstellfläche Allgemeine Luftfahrt 1 über Lima, Foxtrot und Maik. Überqueren Sie Piste 09 Center, melden Sie Verlassen der Frequenz. Rollen Sie zur Abstellfläche Allgemeine Luftfahrt 1 über Lima, Foxtrot und Maik. Werde Piste 09 Center überqueren. Wilco. Delta Echo Papa Alpha Hotel. In dem Fall war das Überqueren deshalb genehmigt oder musste es genehmigt werden, weil wir also hier die beiden Rollhalte für die Piste 09 Charlie auf unseren Rollwegen haben und diese eben überrollen müssen. Delta Echo Papa Alpha Hotel, verlasse Ihre Frequenz. Delta Echo Papa Alpha Hotel, verstanden. Und wir sind wieder dort angekommen, wo der Flug gestartet hat. ④ die die